Willkommen zu einem schönen Video. Heute gibt es auf einem Custom Server einen 101 im AIM-Training mit der AK47. Der Typ ist edotechnisch weit über mir vom Ranking, also diese Website hat ein internes Ranking, deshalb wird mir der Rang angezeigt. Aber wir können den Typen vielleicht... Leider ist falsche Crosshair im Moment drauf, aber das soll kein großes Problem sein. Also mit dem... Gut, ich glaube der Typ kann auch mit seinem Crosshair spielen, dann sind wir uns ja schon mal eigentlich, was das angeht. Und ich werde heute, wo ich das aufnehme, am Donnerstag, ich weiß nicht, entweder wird das Donnerstag oder Freitag onkommen, dann werde ich auch entweder halt Donnerstag oder Freitag streamen. Dann muss ich mal gucken, oder ich werde gar nicht streamen, je nachdem ob ich feiern gehe oder nicht. Wenn ich jetzt die kompletten paar Tage die nächsten Links durchgehe, dann werde ich nichts streamen. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht 5 Tage durchfeiern werde, also ich habe jetzt ein bisschen frei. Ich muss auch jetzt mal gucken, dass ich wieder ein paar Videos vorproduziert bekomme. Ich könnte mal meine Sounds von 3% oder sowas wieder nach oben stellen. Ich habe extra sogar die Desktop-Audio runter gemacht, damit ich das halt machen kann. So viel besser, jetzt höre ich auch, wo der ist. Der Typ! Ich werde wahrscheinlich da ein bisschen feiern. Also ich komme, ich wohne in der Nähe von Köln und ja, es könnte halt sein, dass man da Karneval feiert und es könnte sein, dass man bei Karneval richtig abfeiert. Naja, aber ich muss jetzt auch mal gucken, weil ich kriege jetzt wieder eine schöne Klausurenphase in der Fresse gedrückt von meinen Lehrern. Und da muss ich mal gucken, dass ich ein paar Videos jetzt in der Zeit auch vorproduzieren kann und dass ich auch mal wieder ein bisschen streamen kann. Weil ich habe jetzt im Februar, glaube ich, noch keinmal gestreamt. Im Januar hatte ich irgendwie fünf, sechs Mal. Naja, ich muss mal gucken. Also ich kriege bald wahrscheinlich auch meinen Affiliate-Rang abgezogen, weil Twitch bei den Settings ein bisschen scheiße ist, wie ich persönlich zumindest finde. Äh, hallo? Und dieses, wie spielt der Typ? Würde ich den Typen in einem normalen Game treffen? Ich würde sagen, der Typ ist Silber. Einfach von der Art, wie er spielt. Du kannst halt einfach nicht predikten, was er jetzt machen würde. Aber okay. Ich habe eine Zeit ab, wenn ich da... Ich sollte mich jetzt mal ein bisschen aufs Game konzentrieren. Of course. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was ihr von mir gerne sehen würdet. Also ich bin für mich alles offen... Fuck it, ey. Dann, würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Der Typ... Warte mal. Der Typ war am Cheaten. Vorschau war der am Cheaten. Der hatte keine Medals oder sowas und der war am Cheaten. Na dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra über Like, Kommi, Abo, etc. freuen. Bis dahin. Ciao.